Unfassbare Bilder aus Serbien. Beim Pokalhalbfinale zwischen Partisan Belgrad und Roter Stern drängen sich 20.000 Fans im Stadion. Als wäre in den letzten Monaten nichts passiert, als hätte es das Coronavirus nie gegeben. Kein Abstand, keine Masken, nichts. Die Polizei versucht die Lage im Partisan-Stadion, in das maximal 30.000 Zuschauer passend, zu kontrollieren. Das gelingt nicht wirklich, Pyrrhus werden abgebrannt, es fliegen Bengalos auf den Rasen. Wie immer bei den Belgrad-Derbys. In Serbien sind nach der coronabedingten Zwangspause seit dem 1. Juni wieder Spiele mit Publikum erlaubt, wenn zwischen den Zuschauern ein Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten wird. Das war beim Derby der RC-Wahlen definitiv nicht der Fall. Da glich das 1-0-Siegtor von Vibra Znatko für Partisan eher einer Randnotiz. 2-0. Untertitelung des ZDF, 2020